Schauen Sie bitte, ist das Flüssigkeit? Okay, schauen Sie, geben Sie 10 Sekunden. Die Dame tut das rein. Zählen Sie 10 Sekunden bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Schauen Sie jetzt, es ist nicht mehr flüssig. Es ist verharrtet. Und dieses Material rostet nie, garantiert. Das ist hart jetzt. Und das wird dann bearbeiten. Noch mal, Sie sehen.